Wenn du in einem Team arbeitest, das Aufgaben fristgerecht abgeben muss, dann ist diese Ausgabe der Tipps und Tricks zu Jira womöglich genau die richtige für dich. Jira bietet dir drei praktische Optionen out of the box, um die Dringlichkeit von Vorgängen auf deinem Board sichtbar zu machen. Beginnen wir mit der einfachsten der drei Möglichkeiten. Das Anzeigen des Fälligkeitsdatums auf der Karte des Vorgangs. Dazu navigierst du zu den Board-Einstellungen und wählst im Menü den Reiter Kartenlayout. Hier kannst du bis zu drei zusätzliche Felder für deine Karten auswählen. Für unser Beispiel fügen wir das Feld Fälligkeitsdatum hinzu und speichern die Änderung. Nach dem Neuladen des Boards ist das Fälligkeitsdatum nun auf den Karten sichtbar. Aber was, wenn wir die wirklich dringenden Aufgaben hervorheben möchten, wie Bugs, die in wenigen Tagen behoben sein müssen? Hier kommt die Farbcodierung ins Spiel. Wir färben den Kartenrand je nach Dringlichkeit. Karten, die innerhalb der nächsten Woche fertig sein müssen, erhalten eine rote Farbe, während Vorgänge mit einer Frist von zwei Wochen in orange markiert werden. Zur Einstellung wechselst du erneut in die Board-Einstellungen und wählst diesmal Kartenfarben. Mit der Methode Abfrage legst du für beide Dringlichkeitsstufen die passenden Abfragen fest. Auf deinem Board werden die entsprechenden Karten jetzt farblich hervorgehoben. Doch wie können wir diese dringenden Aufgaben besser organisieren, damit sie nicht im Board verstreut sind? Die Lösung Swimlanes. Swimlanes sind horizontale Linien, die es uns erlauben, Vorgänge nach bestimmten Kriterien zu gruppieren. Für unsere Zwecke erstellen wir zwei Swimlanes. Diese Woche fällig und nächste Woche fällig. In den Board-Einstellungen findest du den Reiter Swimlanes und verwendest wieder die Abfragen, um die Vorgänge entsprechend zu gruppieren. Nach einem Neuladen des Boards sind die dringlichsten Aufgaben nun an der Spitze gruppiert. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir, deine Jira Kanban Boards noch effektiver zu nutzen. Hinterlasse gerne einen Kommentar und folge mir für mehr hilfreiche Tipps und Tricks rund um Jira.